Herzlich willkommen in der Welt von TVA. Ich lade Sie ein, werden Sie ein Teil von uns. Bei uns dreht sich nämlich alles ums Fernsehen. Vom Kameramann über den Produzenten bis hin zum Verkäufer, alle haben nur ein Ziel, gutes Fernsehen. Kommen Sie doch einfach mal mit auf eine kleine virtuelle Rundreise. Na, bin ich nicht ein schönes Hologramm? Aber Fernsehen ist ja mehr als nur Technik oder bewegte Bilder. Fernsehen ist vor allem eines, nämlich Emotionen. Fernsehen ist ja mehr als nur Technik oder bewegte Bilder. Wir zaubern diese Emotionen direkt vom Bildschirm in die Köpfe der Betrachter. Dazu haben wir drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Der Werbespot. Ein kurzer bis sehr kurzer Filmclip, der eine kurze Information so häufig wie möglich in der Zielgruppe verbreiten soll. Verwendet werden können bewegte Bilder ebenso wie Grafiken oder Schriften. Er kann lustig sein, eine Geschichte erzählen oder ein Produkt bewerben. Möglichkeit 2. Der PR-Beitrag. Ein PR-Beitrag vom englischen Public Relation ist zwischen zwei und fünf Minuten lang und ist in seiner Machart journalistisch geprägt. Damit transportiert er in erster Linie Informationen. Diese können über das Unternehmen selbst ein Produkt oder eine Dienstleistung sein. Der journalistische Charakter entsteht durch den Einbau von Interviews mit Geschäftsführern oder Kunden. Und Möglichkeit 3. Der Imagefilm. Ein Imagefilm ist ein kurzer Film, der in werbender Absicht ein Unternehmen, eine Institution, eine Marke oder ein Produkt porträtiert. Er hat in der Regel eine Länge zwischen 2 und 30 Minuten. Die Produktion ist aufwendiger als beim PR-Beitrag, da nicht journalistisch, sondern cinematografisch produziert wird. Ja, der beste Film hilft aber nichts, wenn ihn keiner sehen kann. Das kann Ihnen bei TVA nicht passieren. Ich zeige Ihnen mal, wo man überall TVA sehen kann. Die Reichweite. Die Reichweite gibt den Anteil der Zielpersonen an, die durch einen Werbeträger oder durch eine Werbeträgerkombination erreicht werden. TVA kann über alle derzeit bekannten Übertragungswege empfangen werden. Erstens, über analoges und digitales Kabel. Hier ist TVA täglich 24 Stunden in fast allen Kabelhaushalten Ostbayerns zu empfangen. Zweitens, über digitalen Satellit. Hier ist TVA täglich in ganz Europa zu empfangen. Drittens, über Internet. Hier ist TVA täglich 24 Stunden weltweit zu empfangen. Interessant, nicht? Wir sehen uns gleich wieder in der realen Welt. Hologramm beenden. Ich hoffe, Ihnen hat die kleine virtuelle Rundreise durch unsere Welt von TVA gefallen. Gerne steht Ihnen natürlich das gesamte Team für weitere Informationen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an. Wir sehen uns.